Wie soll es mit uns weitergehen? Was soll auf der Erde noch alles geschehen? Wir haben die Erde von den Tieren geklaut. Und sie mit unseren Körpern versaut. Unsere letzten Tage sind gekommen. Die letzten Tage sind schon da. Unsere letzten Tage sind gekommen. Die letzten Tage sind schon da. Menschen fressen Öl, verschnieren mit Sand. Die Welt steht schwanken am Kraterrand. Ein Rappen schleppt sich durch die kalte Stadt. Er sucht nach Essen, doch er wird nicht zart. Unsere letzten Tage sind gekommen. Die letzten Tage sind schon da. Unsere letzten Tage sind gekommen. Die letzten Tage sind schon da. 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 Denn die letzten Tage sind komisch. Die letzten Tage ist troxen. Die letzten Tage sind schon da. Der Ende zu verhindern. Der centrifuge findet comunque gar nicht da. Unsere letzten Tage sind gekommen, die letzten Tage sind schon da. Untertitelung des ZDF, 2020